Geradeaus weiter und dann links. Ah! Ob der schon auf ist? Ja, beide sind schon auf die. Ich glaube irgendwo in der Nähe von dem Ausgang war die Luke, oder? Ja, war auch, aber... Ja, vermutlich ein Rausgang, ne? Komm mal ran, war die... Da ist der andere Ausgang. Da ist der andere Ausgang. Und dem anderen war die Luke. So, da ist sie. Links. Links! Zurück, zurück! Zurück! Ach, da! Ich habe sie zwar gehört, aber ich konnte sie jetzt nicht orten. Danke fürs Bescheid geben. 13.000, oh Gott. 13.000, oh Gott. 13.000, oh Gott. Besser als eben. Aber trotzdem. Äh, wie spät haben wir es? 14.000, oh Gott. Ähm, André? Hast du dein Handy mit? 14.000, oh Gott. Um 17.00 Uhr möchte ich, dass du zurückkommst, weil du musst mit dem Hund rausgehen. Äh, Heißwort, iiii! Wie geht's dir? Ich denke, wir wollen zum Heidepark heute. Äh, ne, gegen die Nerds haben wir schon gespielt. Aber schön, dass du reinschauen bist, mein lieber. So, jetzt haben wir jetzt den Handy, Billy. Oh, Infinity Sky. Der ist guter Billy. Ach, du warst schon im Heidepark. Ach, so! Vielen Dank. 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 Ich wünsche mir eine Skin. Und zwar den Unsichtbarkeitsmantel von Harry Potter. Alles klar. So. Ich hoffe, dass wir... Ich hoffe, wir kriegen jetzt die Map Bluthutte und dann ist der... ...kommt der... ...kommt der... ...kommt der mit Nullbogen raus. ... ... und so kann man... rauskommen. ... ... und... 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 ... ... und... ... ... ... ... ... ... wieder raus da. Falls er dich hebt. Er kommt zurück. Habt mich gesehen? Natürlich. Warum hebt er dich auf? Was ist los?